Es kommt ein neuer Godzilla mit King Kong. Ich verstehe immer nicht die Relation. King Kong muss das Empire State Building hochklettern. Godzilla ist doch so groß wie das Empire State Building. Wie groß ist? Oh ja. 50 bis 118 Meter. Und wie groß ist King Kong? Rabbit Hole Alarm. Alarm! Kong in Skull Island ist 31 Meter groß. Innerhalb weniger Jahre kamen 70 Meter hinzu. Wer jetzt bei Ralf Möller ins Bootcamp, hat einen kleinen Wachstumschub gekriegt. Die besten Proteine in den Pflanzen überall.